Moin Leute, was geht? Die Kartenwelt ist mit einem erneuten Video für euch am Start und zwar diesmal mit zwei Blistern der UEFA Euro 2020 Serie von Panini. Legen wir gleich los. 32 Karten und eine limitierte Karte. So, schneiden wir das hier gerade auch noch auf. Sobald ich hier mit dieser Schere, mit diesem Messer reinkomme. So, beginnen wir mit dem ersten Blister. So, und die erste Limited Edition ist Leonardo Bonucci. So, ein zweites Blister. Und hier ist die Limited Edition Lucas Hernandez. So, beginnen wir mit dem Unboxing. Beginnt mit Marco Ferrati, Olivier Giroux, Toni Kroos, und Nikolai Jørgensen, Nordirland Playoff-Team, Jonathan Iconé, Pierre-Emil Heuberg, und Jose Conte. Nächster Booster mit Jukka Raitala, Saul Niguez, Remo Freuda, Tomas Ketziora, dann haben wir hier The Wall von Spanien, Axel Witsel als Fans-Favorite, dann die Line-Up-Karte von Finnland und Konrad Leimer. Nächster Booster beginnt mit Jordan Pickford, Matthias Jørgensen, Samuel Mtti, Mikola Matvienko, dann haben wir hier noch Gareth Bale als All-Around-Player, Markus Berg als Fans-Favorite, dann haben wir hier noch das Team-Logo von Wales und München als Host-City. Vierter Booster beginnt mit Patrick Schick, Marcelo Brozovic, Nico Schulz, Christian Gütkier, dann haben wir hier noch Goalstopper, Kepa, Ari Zabalaga, Wonderkit, Josip Brekalow, Irland-Playoff-Team und Skilty als das offizielle Maskottchen. Nächster Booster beginnt mit Dries Mertens, Can Sissan Stankovic, dann Mert Gynok, Pavel Kadarabek, dann haben wir hier noch Midfield-Engine, Frankreich Line-Up, Sergio Ramos und Joe Morrell. Nächster Booster beginnt mit Marcel Halstenberg, Cenk Tosun, Denzel Dumpfries, Taras Stepanenko, Österreich Team-Logo, Jesus Navas als Fans-Favorite, Emre Can und Timothy Kastanje. Nächster Booster beginnt mit Riccardo Rodriguez, Steven Bergwijn, Heinz Lindner, Ludwig Augustinsson, Andreas Christensen, Defensive Rock, Serbien Playoff Team, Sebastian Schimanski als Wonderkid und Dani Kebayos. Vierter und letzter Booster beginnt mit Ben Davis, Russland Malinowski, Umut Merasch, Philipp Nowak, dann haben wir hier noch Christian Eriksen als Keyplayer, Captain Emre Belezoglu, Kamil Glick als Fans-Favorite und Seki Jelik. Und damit soll es das auch schon gewesen sein mit dem Zwei-Blister-Unboxing der UEFA Euro 2020 Serie von Panini. Haut da rein, bis zum nächsten Mal eure Kartenwelt.